Willkommen meine Klonkrieger, wir haben Zuwachs bekommen, von den Toten auferstandenen Griebus. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind schon wieder ein Klonkrieger. Jawoll, und mein Axi-Chi-Oh ne, oh, oh, die Grafik hat sich gebessert. Ich hatte das Textureproblem und anscheinend hat sich das jetzt wieder gelöst, das finde ich sehr schön, sehr schön. Ahhhh Also nicht, wir können auch einfach unsere Sachen droppen und dann... HD ist doch was für Hände. Ein Ultra HD. Warum droppst du die Sachen? So, wir haben uns gehört, dass ich die Session ordentlich in die Horkrie im Tribe, das passiert am Tumor. Ja, ich bin dann total gewaged und hab die alle rausgeworfen, weil ich es verdient habe. Ja, draus der Rex braucht schon mal ein Steco-Ei, wer sich dort rum kümmere will. Er hat uns beleidigt. So, jetzt nehme ich doch mal das Sattel runter, um die dann wiederholen zu gehen. Als Klon-Krieger hat der uns beschimpft. Meine Zuschauer sind auch Klon-Krieger. Ich hab so ein Ente herangebracht. Du hast Zuschauer? Ja, dich zum Beispiel. Fanboy. Bestätige es! Bestätige es! Beweis es! Ich handel ein paar Kommentare von dir. Beweis es? Send sie ein? Nö. Wer sich dafür interessiert, kann die gerne suchen. Nee, Alter, ohne Verweis, glaub ich dir gar nichts. Boah, welches, was ich gerade gemacht hab. Ich bin vor der Tür. Dauerhafte Gegenlauf, weil ich gewartet hab, bis sie von der Leer aufgeht. Dimpi, du kommst die abholen geben, ich hab's geschafft. Ja, ich muss mir erst Flak machen, ich kann nicht mit Flak kommen. Äh, ich bin gleich oben. Äh, warum? Du stehst doch in der Welt, also bitte Pole. Ach so, ich hab sogar überlebt. Ja, ich bin aber da verreckt. What the fuck? Da guckt er, das ist schade, aber wo du gemacht hast. Habt ihr Pole gar nicht aus dem Tribe rausgeworfen? Ey, da ist doch... Ging doch nicht mehr, es war doch Safe World. Ah, okay. Ja, was meckert dir denn? Hier ist doch gar nichts. Ja! Pole, du hast es erkannt, da ist nichts. Ich renne jetzt los zu euch. Äh, Grievous, es wäre Süd 1, glaub ich war das? Ich spawn schon im Laufhin. Ey, aber ich hab immer noch über über 2.000 Turret Munition gesaved. Impy, du bist zu langsam, ich bin gleich bei der Base. Wir sollten dann... Was ist gleich? Soll ich jetzt greife oder... Nein, ich kann mich... Birgit, wollt zwei bauen? Ich renn hoch, hol Grievous ab, der hat keinen Ruf. Ich hab kein Problem, ich bin... Rechts, 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 links, ich weiß nicht mehr. Okay. Oh, ey, ich liebe 180 Minuten Speed. Wie... Willst du die Fabrikatoren setzen, oder? Willst du? Warte. Ich hab'n Graf, wie klitscht grad beim ersten Mal feierlich. Ähm, dann musst du in Neustadt nehmen. Ich hoffe, alle haben arg richtig gestartet. Und was? Auf normalen Memory, ähm... Das brauch ich gar nicht. Bin ausgeladen. Ey, so viel war doch da gar nicht drin, so viel Kacke, wie wir noch haben. Äh, habt ihr jetzt mal geguckt, ob die 40 Karten Zement noch da sind? Ähm, Zement hab' ich grade was interessiert. Also da sind 10.000 schonmal. Ähm, 20... Um... Um... Um die 30.000 sind noch da. Ich, äh... Birgit und Fächer hab' auch schon weggepackt. Äh... Ja. Ja, ich hab's selber weg. Ich meine Ente und Fächer. Um... ... Ach, keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin oben. Ja, jetzt ist er aber wieder unten. Er rennt wieder übers Wasser. Irgendwann müsste dann Perlenform gehen. Achtung, dass er so jetzt nicht schockt. Mhm. Er hat mich einmal getroffen, aber das hat mich gezählt. Hat irgendwie weggeschossen. Irgendwie weggeschossen. Und die Blumen und Pülze? Was ist los auch? Die wurden rausgenommen. Wohin weiß ich nicht genau. Hab dem Player 3 Schuss gegeben. Wo sind die Blumen und die Pülze? Der sollte auch schießen, aber ich würde lieber Aslan kommen. Er ist im Wasser. Ja, ja. Das Problem ist, hätte ich ein Tier, womit ich runterballern könnte. Wir haben keine Blumen mehr. Oh. Das ist gut. Der kommt. Er 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 kommt. Halt mal die Augen auf. Ja, wir kriegen den Back nicht weg. Wir sind da im Stein. ist mal ob ich ihn treffe oder wie weit ich noch brauche ok, ok ach, er schießt vom Stein, weil er nicht zieht Pass auf das normale Schiffe sind oder wie glaube ich nur normale Schiffe kein Sinn, dass er irgendwas gemacht hat er kommt rüber wir hatten letzte Woche lange keinen Kipp guck mal wo er ist den Dödi haben wir erst ganz spät gemacht er ist nicht auf 100% gekommen, er war gerade eben fertig er war beim letzten Mal gerade mal bei 60% ja wahrscheinlich Updates aufladen oder so geht offline macht er alles beim Start normalerweise du, hallo Imperator hinten ist er ja, ja pass auf, dass du mich nicht mit der Rakete irgendwann okay, mit Raketenwerfer auf, hier bin ich nicht so gut ich lass wieder und wo Seite? da versteh's nicht wenn ich meine Sichtwerte auf Valhalla auf episch drehe habe ich FPS Drops, wenn ich sie auf High habe nicht eine kleine Unterschied komm komm hm ah ne ah ne andere Seite er ist da am Wasser äh schon zu dir geht wieder auf diesen Felsen da kommt von hinten da ist er hinter uns hinter mir hinter mir hinter mir ne wo da wo ich jetzt hin renne wieso stellt einer von euch Narko-Darts her es sind über 100 im Tessort ey, er ist hier hm, ich hab ihn gesehen so, gibt's irgendwas was ich mir nicht nehmen darf aus dieser Ausrüstungskiste nö, weil er kann sich ausrüsten mit dem was du brauchst 130er Pferd man muss da was sagen, es gibt keine Airdrops ne, verbesserte Sachen sind echt wertvoll egal was es ist grün, blau verbesserte Sache habe ich gerade gar nicht, ich hab nur primitiv alles ich hab nur gerade steh hinterm Dings wo bist du? der wirft Poisengranaten in Ernst er hat sich selber entwerfen, oder? 130er Pferd, ja, nein 130er Pferd, ich weiß nicht was mit dem Pferd soll ist das gut? ja, per Racer halt ach so das ist ein Giraffe er kommt, er kommt, er kommt ja, das Tamer woher? er kommt, warte mal, ich sah das geschehen er kommt, ich sah das geschehen durchs Wasser? nein, 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 nein er war geradeaus vom Star-Bed direkt der steht da gerade jetzt kommt der jetzt kommt der in der Base-Dost hier ist Man-Lit Atemgerät ist nicht äh, ist das Hover-Wort? oh Gott, nein, er kommt, er kommt kommt der Wüste 2 weil allein ist immer kacke in der Wüste wo hat er dich aber? ja, war das knapp, nein Rock Olam ist zwar nur Level 10, aber ich geh Perleform ne, ne, so trafst du nicht, brauchst du gar nicht probieren, der ist zu schnell und beim, beim Rein- und Rausgehen bitte nicht durch die Mitte gehen, Jungs, denk dran aber ich guck, ob ich mich der Giga hat Schnuller ja, probier mal ja, er muss im Wasser ran versuch ihn auch zu fangen gerade mit der Falle ne, 35er Mikroraptor ist er? mhm dem Giga lohnt sich nicht mehr zu imprinten ah, ist nicht sang da sind über 60% fehlen, weil der viel weiter ausgewachsen ist, als er imprintet worden ist äh, wieviel gibt denn das Skill-Punkt auf Narcalf-Damage? auf? geht aufs Teddy? ne, ne, soll er machen, das hat Leben genug wieviel gibt es denn auf Narcalf-Damage hier? Standard? ja, wo doch? ja, soll er machen bitte sie gerne abbreiten der Rockkuhl eben ganz stark achso, ne, der sieht einfach nur so cool aus ja, ich war schon Rockkuhl willst du die Falle mal kurz aufheben? und eben das Pferd Level 130 aber ich will den nicht allein in der Wüste anfangen kann jemand anderes Perle machen? hinter mir? oh, nösser da ist dann ist dann noch da ist dann noch irgendwo hier ist noch ein Tüger was? irgendwo hier ist noch ein Tüger ich hab grad nur eins rumschwingen sehen ich hab mir irgendwie hole die Muschalle, Affa ja, andere können nicht kommen die Falle gerne auf wie ich das hier überhaupt gelegt mit 50, mit 50 Pfeilen mit einem verbesserten Crossbowl ja, stuck! er ist stuck! Schocking Darts ne, 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 ne das fährt man hier also den Racer wenn ich ihn mit Terry kriege dann stuck da immer so, dann gleich warte mal es ist ne 130er Giraffe ja im Schocking Darts jetzt! ah, fuck du total ich bin halt einfach fast schneller als seine Kanze das ist schon mies für ihn ähm, mit was muss ich dich beschissen mit? also ich hab 850, ähm, Pfeile mit einem 140% Crossbowl und 20 Schocking Darts sag, wenn er wiederkommt ich versuch die Falle kurz abzureißen, ok? darf ich das kombiniert trotzdem nicht? nein Schocking Darts brauch ich also, äh, oh shit, Moment, Moment ich hab grad ein bisschen was Falsches eingegeben ähm, 140% Crossbowl ok, du siehst du? ja ich hab ihn ja sadding du musst bereit wenn du als Sniper raus bist, sag Bescheid nicht snipen nicht snipen äh, wenn du halt einfach mit der Rakete rein wenn's einmuss du brauchst 52 Pfeile oder 52 Schocking Darts die beiden haben ungefähr den gleichen Wert Alter, der hat so oh, seine Katze blutet schon ja, dann fang ich an weil ich hab 20 Schuss wenn du auf 52 Schuss kommst zusammen dann geht sich's aus ich hab über 70 ja, dann geht sich's aus ja, aber das blutet halt schon ich hoffe, dass es nicht stirbt, ne? ja, wo ist er? ja, wo ist er? ja, wo ist er? ja, da Alter, ich schreib mir den gleich mit gut, ja hast du? ja, mach doch soll ich's durch Stargate ziehen? wär's schlauer, oder? mhm warte, er kommt bestimmt gleich irgendwo da hinten beim Stargate raus beim Stargate wär ich auch gerade er kannst du anwählen nach Wüste 2 schnell weil alleine halt ziehen und so, das ist immer ja Malte, siehst du ihn noch? hast du ihn noch? Webling Hawk Battle weil du weißt ja wie die Leute hier draus sind oh, da oben da, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt die sind ja nicht beim Tame dann kommen sie durch Stargate durch drei Rechse und killen die einfach ähm, du weißt schon, dass er nicht mehr Wüste soll jetzt zu dir kommen ja, Wüste 2 wir brauchen hier noch alles dann gehen wir zusammen zurück und ziehen sie alles weg dann, ja wo bist du? ja, weiß ich den Weg nicht, kenn ich mich nicht aus dort immer noch da unten meine vor ein bisschen mehr Steine, Flint alles was drumrum ist Wölfe wenn sie Tame kann ich vor dich und dann ich hätte jetzt einen Ankleo genommen hätte Eisen geholt und Kristalle ja bin durch und dann und dann, wenn du aufs Meer guckst praktisch links nur Steine also wenn du zum Schneegebiet guckst links ja, ja ja, links steht dort einer der ist Imprint was heißt Imprint Oh! oh, aber das knapp bist du zu Tü- 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 Du brauchst natürlich nicht übermäßig auf Gewicht zu scannen. Ich guck grad welchen du meinst, ich hab hier nämlich zwei stehen, du meinst es hier steht nur irgendwo einer. Ja, 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 ja. Schau mal, ob du weg kommst, geh mal weg. Alles gut, alles gut. Schaffst du das? Das ist geprägt. Der kommt? Ja, ja, der kommt immer, wenn ich den abschieße. Dann muss er nämlich laufen. Ah, da. Das Schwein macht echt viel Schaden eigentlich, ne? Das Gewicht sollte erstmal reichen und danach auch... Hast du Rockets? Oh, er war runter! Scheiße! Ich hab mich grad gewundert, was da los ist. Ah, stimmt der Level-Animation. Ja. Hi. Hast du Rockets? Ich dachte mir nur so, mein Kopf tut weh. Wo ist er? Ich guck grad. Ich seh ihn nicht. Guck mal, der kommt gleich von hinten zu hundert Prozent. Ja, er ist hinten, er ist hier hinten. Halt drauf. Warte, er kommt hier hinten. Ah, nee, du. Wo ist er? Ja, er war genau hinter mir. Er war genau hinter mir. Wegrennen nicht gut. Immer in Auge behalten, den Gegner. Ich hab keinen Jogging-Duck. Ah, da. Da wieder in Wasser. Ja. So kalt ist hier gar nicht. Ah, der feedet bestimmt zwischendurch im Wasser auch. T-Bow auch. Wer ist das überhaupt? Weiß ich nicht. Kannst mir aber vorstellen, Kingdom oder Abtreibung. MP willst du an zuhause? Ja, im Haut. Ah, jetzt rage ist wieder weg. Ich hab da, ich hab da, ich hab da nur alle Tiere weggemacht. Ja, ja. Kein Stress. Jetzt schieß ich erstmal mit Jogging-Darts drauf, ey. Ah, so ist aussieht. Er tut doch schon, oder? Jogging-Darts machen noch weniger Schaden, ne? Äh, ist die Falle. So. Stimmt. Lootet halt echt schon extrem, ne? Brennt wieder auf die andere Insel. Was Rage noch weg? Soll ich wieder auf Schleppen-Skill? Äh, ich bin rausgeflogen. Oh, nein. Aber ich bin auf Adon, ich bin doch nicht rausgeflogen, geht alles gut. Ja, ich stand wieder ab. Du kannst ruhig ein bisschen movement speed-skillen, damit er ein bisschen schneller ist. Kannst du das Schwein heilen? Ich will jetzt wissen, wer das ist. Ich probier's. Äh, kommt halt drauf an. Geh immer nach hinten dann, weil er kommt immer von hinten. Nein. Ich glaub, bei mir ist er da oben auf den einen Berg. Ist er angewählt? Ach, Mann, ich konnte ihn abschalten. Mach ich jetzt. Lass sicher drauf zu? Ja, ja. Höchstkeller-Wack-Wack-Wack-Wack. Du kriegst mehr, ich brauch's gerne, Punkt. Du kriegst mehr, ich brauch's gerne, Punkt. Du kriegst mehr, ich brauch's gerne, Punkt. Ja, 50. Das ist Red, ey, jetzt dreht er wieder um. Äh. Ah. Der ist auch auf der anderen Insel, ne? Hm, ich ging grad auch. Hoffentlich ist es richtig. Es ist, ich weiß nicht, warum sehe ich ihn nicht. Da kommt schon, der hat geflogen. Einem Abtreibung. Ist 71 irgendwas? Ja. Ja, das ist richtig. Los, geh hin. Der schießt mit Rocky. Kommt er? Ja, soll er machen. Nee, er hat gedreht. Hat der?! Ich hab ihn getroffen, oder? Nee. Ich schwell wieder ab. Schade. Pass auf, pass auf. Oh, ich brauch ein Tier, wovon ich runterschießen kann. Ich hätt ihn lockerer schauen. Dreckspüler, ne? Hätt ich gern einen Superspiegler. Ich hab ne Falle aufgestellt, wir müssen ihn versuchen hierhin zu locken. Zwischen den beiden Eisdingern. Äh, hier den Durchgang. Hast du Shocking Darts dabei irgendwie? Ja, 74. Ja, dann musst du weitermachen, weil die Pfeile, die machen zu viel Schaden. Den will ich nicht mehr schießen. Nee, aber ist Rage doch nur noch weg. Ja, das ist so. Wo seid ihr? Keine Angst, ich bin auf der anderen Seite. Ich hab euch in Auge. Ist er hinter mir? Zu mir? Ich guck. Es liegt. Scheiße. Wir machen's da, geht an. Nein, warte, warte, noch nicht noch nicht. Warte, ich muss noch was abreißen, weil das darf ich ja nicht hier lassen. Du willst sie reinlegen? Du willst sie reinlegen? Bären 10. Dann Bären. Ich hab ein Papier. Vielleicht lang. Achtung, der kommt. Ja, aber dann dauert es so lang. Ja. Verliert so viel. Okay, von mir aus kannst du jetzt anfangen. Nee, nee, nee. Halt du an. Ich halt weg. Wollen wir's einfach mit Bären machen, Epi? Ja. Allgemein, wenn du schnell rein möchtest, ist rechts rum. Ähm. So. Achtung, nein, er kommt, er kommt, er kommt. Weg, 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 weg. Geil. Was ist? Warum ist er unten? Oh, der hat dich gekillt. Kill, kill dein Kühler. Kill dein Kühler. Nein. Kill das Kühler. Oh, das dauert aber lang. Oh, geil. Den Play alle 6% ey. Welcher Checkmode triebt, wo ist er gerade umgekommen? Abtreibung. Das Schwein fress halt, ah, wie Farid. Ila tot. Hero. Haha. Ja, Hero. Er hat C4 an seinen Dings gemacht. Uhhh, Alter, was hat der Typ dabei? Kommst du durch? Papa ist überladen. Weißt du rüber von mir? Nee, ja, kommt rüber. Klar. Pfff. Medical, guh, kompomp. Uahhh. Stuff des Todes. Ja, ich komm, ich komm. Zweit-Tüler-Sattel. Mhm. Wo muss ich anwählen? Neu Level-Pfeil-Pling? Äh, Pinguin 2. Äh, Pinguin 2. Was? Pinguin 2. Beste Max-Level. Pinguin-Engels weiter. Ja. Pinguin 2. Wälde irgendwie an- Haben die das nicht mehr. Wo ist denn der zweite? Kannst du, bei dir wird angewählt. Was? Äh, das ist wahrscheinlich noch nicht. Doch, schieß. Leia mit Recht. Oh. Ah, haben wir geschont. Komm ich jetzt auch durch? Nee, nee, bleib weg. Vielleicht haben die mich noch nicht gesehen. Ich hab angewählt. Okay, ich kann... Komm nicht an. Komm einfach im Wald. Wenn du mich brauchst, dann komm ich. Äh, Pole, kann ich dich allein lassen, oder? Weiß es nicht. Soll das Sauna am Stargate? Ja, das ist es ja. Wollen wir den Rock Golem da holen, Level 10? Wie will ich denn das machen? Das geht nur mit Kanonen. Es geht auch mit Rockies. Ja, aber die sind das Töten. Die Kill Chance ist zu hoch. Ja, wenn wir den Power Racer haben, können wir eine Kanone machen. Ich komm jetzt dann mal. Andere Power Racer, wo Kanone draufkommt. Ja, schnell. Du willst Stargate, äh, kommt durch. Du willst Stargate direkt wieder anders. Also ich hab hier bei nem Rock Golem Level 10. Geht... ...könnt ihr entweder mit 17... ...Rockieschuss oder mit 4 Kanonenschüssen. Und die Kill Chance ist bei beiden bei 0%. Ja, ja, ich... ...lenk die jetzt gleich ab. Bei beiden 0%. Du willst das Target wieder andersrum machen. 17. Ich hab 13. Ich hab 8. Fuck, wer hat mich... ...Wir hat. Ich hab nur eine Rakete ausgehalten. ...wenn man ihn tötet, wieviel Prozent die Totenschance untersteht. Ja, aber wenn du jedes Mal perfekt den Kopf triffst, ne? Nein, gibt's keine. Fuck, du musst gucken jetzt irgendwie... Versuche einfach, den Terry nach Hause zu bringen. Äh, aber... Ich kann nicht anwählen. Du musst doch beim Rock Golem im Kopf schießen, oder? Boah. Welcher Tribe ist Raffel? Raffel. Also ich brauche jetzt dringend Unterstützung beim, äh, Schnee. Jaja, es gibt kein Multiflyer, aber... Junge, wir können net kommen, wir sind zu wenig Leute. Aber um ihn zu zähmen. Ich hab zu euch... Ja, da ist was. Da kommt was. Terrube. Und ihr braucht Mantis Kibble, und für Mantis Kibble haben wir keine Blumen mehr. Ich dachte, bemannt, ey. Jetzt hab ich ne Xie, ich hab ne Xie, es kommt was geflitzt. Und weil er am Rand gerannt ist vom Berg, dachte ich, ey, ich... Der Captain versucht dann einfach wegzuschwimmen. Ja. Ja, Molde, wir brauchen ein neues Terrain. Ja, ich guck gleich. Entschuldigung, wir kennen das... ...Tierche Duallelo. Was geb ich in einem Golem zum Terrain? Mantis. Steine. Oder Sulfur. Steine. Ja, Steine oder Sulfur. Aber Sulfur können wir ja abbauen, also das ist kein Problem. Also der Level 10 Rock Golem dauert mit Steine eine halbe Stunde. Sulfur. Mit Clay 6 Minuten 23 und mit Sulfur 4 Minuten. Ja. Aber mit einer Mantis Kibble wäre fast X dann fertig. Ja, wir nehmen einfach Sulfur, das passt schon. Ähm... Wo ist das nächste Starbatch? Ähm... Ähm, Molde? Weiß ich nicht was... Von ganz, ganz großen... Ähm, Eis... Das ist ja vor uns, Herr Steiner. Irgendwo bei 80 noch, was ist das Starbatch da? Ähm... Molde, kannst Du in der Summphöhle Blume holen? Ja, das geht. Ja, nochmal. Blutet der einfach nur so stark oder sieht der so aus? Ne, der blutet nicht. Der sieht nur so aus. Wir müssen den Kopf treffen, ne? Das war nicht. Der muss sich so schütteln, nochmal. Oder haben sie das geändert? Föhn. Oh, lol. Der muss immer so seinen Kopf schütteln, dann zählt er als Treffer. Ich habe es leider gefunden. Ja. Geschafft. Die Steuerung mit Waffen da, das ist so... ...behindert. Mhm. Das geht zwar. Was das Problem ist, das Zeug macht einen Haufen krass. Uh, er blutet zwar schon ganz schön, ne? Er ist ganz schön dunkel, Alter. Vielleicht tot, ey. Tja. Wieso? Das steht hier nicht. Ich hab's gesagt. Ist dann passiert? Baut ihn ab, dann kriegen wir Sulfo raus. Ich hab nix zum Abbau. Wieso? Du musst spitzhacken. Ich hab keine Spitzhacke dabei. Äh, jetzt häng ich drin. Doch. Also... ...dauere Kristalle gibt er. Ich geh' wieder zu unserer Giraffe. Wir sind ja alle. Sie ist getamed. Und Sulfed? Und Sulfed? ja wir brauchen halt jetzt eine kanone ich habe jetzt aus einem rock elemental 800 kristall 600 metall sieben obsidian 200 öl und 1300 stein bekommen ist klar was wolltest du mit den steinen machen habe ich schon wenn spark powder ist aber dies machen wir haben da 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 da